Hallo und herzlich willkommen zu unserem Minecraft Adventure, oder? Minecraft? Ja, egal. Ähm, mit dem Fabi. So, wir platzieren jetzt dieses Wunderschöne aus. Ich will da so hin. So. Zorn von Schleich und rechtsklick. Mir wurde gesagt, ach so, ja. Ach nö. Was denn? Weil er ja nur bis um neun bis um halb sechs offen hat. Kannst du es nicht setzen, oder was? Doch, habe es ja gesetzt. Äh. Das steht immer. Soll man vorne sich anlegen? Schleichen plus rechtsklick zu bestätigen? Du musst direkt schleichen plus rechtsklick machen. Mach ich. Aber warte mal, vielleicht. Aber guck mal, wenn ich jetzt das Haus nehme, da ist es erstmal eingewaßt. Also dann bleibst du in diesem Ort. Ja, okay. Nee, dann ist es bestätigt. Ändern wir in der Fläche jetzt nichts mehr. Und... Du kannst immer schlafen gehen. Das habe ich jetzt auch herausgefunden. Du kannst... Egal zu welcher Zeit kannst du schlafen gehen, weil... Ähm... Ernte wird jeden Tag rein. Oder ist halt... Ich habe kein Bett. Euch. Ja. 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 Was können wir denn dann jetzt in der Zeit machen? Hm. einfach mal fahren oder sterben ja weil jetzt hier voll leben und voll hunger also möchte ich nicht deine vias vielleicht mal an seite packen wieso damit du nicht nachher irgendwo stirbst ich habe nie wenn du meinst ich bitte dich wann sterbe ich denn wie kann man eigentlich diese wegpunkt das auch schon wieder weg machen jg kannst du unten das ist zu schreiben das erste ist ja so ein stern und mehr mehr points ja kannst du auf remove und so gehen oder löschen wie gesagt ich bin minecraft immer auf englisch löschen löschen, 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 löschen mal der wegpunkt drauf so was muss ich jetzt machen okay also ich zeige ja unten habe ich den weg gemacht dann weiß ich genau wo der ist aber du kannst da irgendwo runter aber ja weiß ich und da kommt man immer nur hoch ja wasser in der fliege hoch hallo pferd hallo hier ist kohle zu den pflanzen also 9 uhr macht er doch auf oder nicht er macht einfach immer noch nichts also in der links wo ich geguckt habe da heißt auch da ist noch so eine pflanze für die trolle da heißt auch das ist egal wann wie oder wo er spawnt jeden tag neu wenn du ihn töten würdest ok also kohle haben wir schon mal 29 ja Eisen haben wir auch hier vorne noch ein bisschen 6 da ist noch mal kohle also ich verstehe wieso baut du dann das hausendet weiter oder finde mann so gib mir einfach mal jetzt gleich die äh den blueprint bitte wird eine karte da mitte den gebaut hast ja ich stehe hinter den mussten umdrehen dann möchte ich kurz gucken fangen und ich glaube ich werde gleich wieder teleportet ich habe es lohnen dann bleiben ist es obwohl es nicht angezeigt wird nein kohle augen weiter wo geht es denn hier hoch so weiter mal so voll cheating ich bin jetzt wieder voll live ich kann das ding noch frei platzieren warte mal ich bringe den typen warum so können wir jetzt ja mal schlafen gehen ja wie gesagt er spawnt halt einfach immer wieder neu und ich frage wieso der nichts macht mach noch was er ist hier aus dem Schirm doesn't he just arbeite mal ich bin ein Pharma ich bin am zu lernen guck mal der ist genauso wie du er arbeitet nie du arbeitest auch nie und das war eine postparte an was wir sind freunde ich hab ne wurzel ich geh bis die welt entdecken ich bleib zu hause glaube ich ne wobei ich lauf in die richtung genau und dann frisst ich meine Bär nicht weg nicht gut hier ist noch mehr Clay hier sind noch mehr Bären ja wo ist sie genau hier sind sie Büsche 15 Bären jetzt Natura absache einer bringt uns eine halbe Hormerkäude äh ja hier ist Holz hier ist ein Wald äh hier ist netziger Farbe ich bin weg äh ich hab Bäume die sie automatisch vermehren ich hab Bäume die sie automatisch vermehren die bringen halt so heißt jetzt Bären hier ist Kohle Schwab Mensch wieso kommst du manchmal so ein Slowness Effekt oder so weil ich äh ganz oft keinen Hunger mehr habe also keine Keulen mehr aber boah die sind ganz viele Bären gut leckt es gerade ja ey Schweinchen töte dich ah Schweinchen ist tot ja Farbe ist tot ja ne naja ne ne ich weiss warum weil du gerade erkundet deshalb leckt es ja das ist wieder mir ja damit kommt der Server halt nicht direkt klar weil es sind ja neue Gebiete der server muss jetzt die ganze zeit deine gebiete mitladen auch bei einem großen server jump so ist mir schlecht so ähm blam 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 hat der drzimmermann jetzt mal gearbeitet oder noch nicht naja hast du eigentlich diesen plan noch welchen plan ja den du bekommen hast um den zimmermann zu bauen nein hast du gehabt ja genau da habe ich gehabt und habe ich denke sehr dann habe ich den typen gesetzt und dann war er weg ne stellen wir noch gehabt wir machen nichts in der landschaft da ja nur da direkt an den typen dran ich baue die besten gebäude für dich über den macht auch mal ja also ich habe es in der single player world habe ich ausprobiert da hat es problemlos funktioniert da habe ich den gesetzt und zack ja hm komisch kaum was ich könnte die trolle nochmal herbeirufen ja hol ich mir nochmal so einen plan und platziere den irgendwo anders war eigentlich ziemlich unnötig aber naja schönen guten tag perfekt das wort wenn ja tschüss was was ist denn jetzt einfach dazu setzen weiß es halt nicht ja auch nicht ja jetzt fängt er an wow hä kompletter fail naja scheiß drauf hauptsache er macht jetzt was dann können wir gleich zumindest mal etwas weiter ich würde weg gehen sonst hört er gleich wieder auf das habe ich auch ausprobiert wenn du da drin steht dann hört er ganz kurz auf was mit dem los war zum glück funktioniert jetzt finde ich gut er braucht weiß ich nicht wollte gerade eine zeit sagen aber ich habe es mir nicht gemerkt 5 minuten 4 minuten ich verstehe nicht warum das jetzt eben so ein problem war hm ich finde es sieht voll cool aus wenn er jetzt baut ja glaub wenn das gebaut ist ich habe in den shop halt nicht angekuckt aber ich glaube wenn das gebaut ist dann können sogar neue häuser kaufen bei dem ganz sicher ich habe keinen akkuschrauber äh akkuschrauber äh lol mit redstone block orange schnell gebratener ton mit einem knopf und Eisenbahn eigentlich voll günstig ja aber ich weiß gerade nicht was der macht der bauten aus nein so hehehe der akkuschrauber dann war aber ich hoffe meines hausfeldes sehen wir in der nächsten folge denn die folge ist schon vorbei ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag ähm ja lasst gerne die daumelchen da bei uns beiden und ja bis nächstes mal haut rein tschau tschau tschau